Julia fühlt sich nicht gut. Sie hat Fieber und liegt im Bett. Ihre Mutter kommt aus der Arbeit. Sie geht in das Zimmer ihrer Tochter und fragt, Liebes, was hast du? Geht es dir nicht gut? Julia antwortet, nein, es geht mir nicht gut. Ich fühle mich schlecht. Die Mutter bringt ihre Tochter zum Arzt. Eine Arzthelferin begrüßt sie in der Praxis. Die Arzthelferin nimmt die Versicherungskarte von Julia. Dann nimmt sie Julias Patientendaten auf. Sie sagt, bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Ich rufe sie auf, wenn sie dran sind. Nach einer Weile wird Julia aufgerufen. Die Arzthelferin begleitet sie ins Sprechzimmer. Später kommt der Arzt rein und begrüßt sie lächelnd. Er untersucht Julia. Er berührt ihre Stirn. Julia hat Fieber. Er sagt, öffne deinen Mund und strecke deine Zunge aus. Nach der Untersuchung sagt er ihr, du bist erkältet. Ich verschreibe dir ein Rezept. Nimm dieses Medikament dreimal am Tag. Morgens, mittags und abends. Julia und ihre Mutter bedanken sich beim Arzt und verabschieden sich. Sie verlassen die Arztpraxis und gehen zur Apotheke. Sie kaufen das Medikament und fahren zurück nach Hause. Julia nimmt drei Tage lang die Tabletten ein. Danach ist sie wieder gesund.